Dass ich nach dem x-en Lockdown dir noch was Neues über Corona sagen kann, können wir uns beide nicht vorstellen, oder? Ich, ein Nerd aus Hamburg, für den es seit Jahren normal ist, dass er seine gereizte Rachenschleimhaut behandeln kann? Jetzt, in Zeiten von Corona, wo ich mehr und mehr verstehe, was ich da behandle, mache ich Fotos, die du noch nie gesehen hast. Klar, das ist nicht wirklich hübsch, aber hübsch ist kranke Rachenschleimhaut, nie. Die roten Stellen in dem Liederlicht sind Ansammlungen von Olivenöl. Olivenöl, welches ich erst hinten im Rachen wie ein Mundwasser gurgle, um es so ähnlich einer Hautcreme auf die hier natürlich gereizte Rachenschleimhaut verteilen zu können. Hier weitere Bilder und weitere Bereiche. Oder auf dem Foto. Diese Bilder stammen aus einem Datenrohfilm, den ich unten verlinke. Schau ihn dir an, wenn dir Zweifel an den Bilder kommen. Er ist schon im März zur Erkältungszeit entstanden, wo ich häufig Probleme mit der Schleimhaut habe. Nach dem Gurgeln nehme ich einen lila Laser, 405 Nanometer, von Ebay für 15 Euro, link unten, und leuchte damit in den Rachen. Dieses Laserlicht wird von Olivenöl rot reflektiert. Grüne und rote Laser erreichen keine solche Reflexion. Wo es im Rachen rot leuchtet, muss Öl in dickeren Schichten vorhanden sein. Wenn das Öl dann bis zu 8 Stunden dort rot reflektiert. Oder ganze Hautstrukturen, wie auf den Fotos, erkennbar werden. Darf ich dann davon ausgehen, dass Olivenöl in die Schleimhaut eingedrungen ist? Erst recht, wenn diese nach einem leichten Brennen sich besser anfühlt? Das Mindeste, was ich hier habe, ist ein diagnostisches Verfahren für gereizte Bereiche in der Schleimhaut. Ein Verfahren, welches Unterschiede für den Laien sichtbar macht. Kennen all die Leute, die uns in Corona beraten, solche Bilder? Haben sie das vielleicht schon bei Corona ausprobiert, ohne dass sie diese scheinbare Selbstverständlichkeit an uns kommuniziert haben? Ich vermute, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeit gereizte Corona-Rachenschleimhaut schon gesehen habe. Das hier ist eine Fotomontage. So ähnlich sah das bei meinem ersten Versuch aus, diese Technik auf einen anderen Rachen anzuwenden. Leider konnte ich damals noch keine Fotos machen und mir fehlte die Erfahrung, das Gesehene zu interpretieren. Der Rachen gehört zu einer Altenpflegerin, die seit ca. 2-3 Monaten auf einer Corona-Station arbeitet. Von einer Corona-Infektion 8 Monate zuvor hatte sie noch Antikörper im Blut. Der Rotbereich liegt hinten im Rachen und deutet an, dass ein Großteil der oberen Atemwege durch den regelmäßigen Corona-Kontakt kreizt scheint. Da Corona eine Infektion der oberen Atemwege ist, müsste das bei jedem unbehandelten Corona-Kranken mehr oder weniger so aussehen. Die ganze hintere Rachenstruktur dient als Schlachtfeld zwischen dem Immunsystem und dem Virus. In dem Fall war es nur eine Kontaktperson, die beschwerdefrei mit einer FFP2-Maske die alten Leute betreute. Ich wüsste gerne, ob das bei allen Corona-Kontaktpersonen so ist. So ein Test würde nur 10 Minuten dauern und zumindest unter uns Laien für viel Transparenz sorgen. Für uns wäre dann Corona sichtbar. Auch das Pflegepersonal hätte bei uns gleich einen höheren Stellenwert. Immerhin zeigt das, wie nah die Corona-Front selbst mit einer FFP2-Maske für bestimmte Berufsgruppen sein kann. Nun wird auch klar, dass das nichts mit Öltin zu tun hat. Das findet vorn an den Zähnen statt und kommt nicht mal in die Nähe des Rachens, wo Corona sich seinen Weg zur Lunge bahnt. Warum muss ich sowas zu Hause untersuchen? Wo wir doch eine riesige Wissenschaftsgemeinde haben, die staatlich gefördert uns informiert. Ganze Länder kämpfen aktuell um den besten Impfstoff. Kann es sein, dass hier die Impfung als Pandemie-Eindämmung im Vordergrund steht? Es werden Masken und Tests verschenkt und die Müllberge, die wir im Kampf gegen Corona der nächsten Generation aufbürden, kannst du auf dem Boden deiner Stadt in Form von Atemmasken hochrechnen. Wenn das zwingend notwendig ist, ja, dann ist das wohl zwingend notwendig. Auf der anderen Seite haben wir ein altes Hausmittel, was völlig übersehen fähig ist, solche Bilder zu fabrizieren. Mal schauen, ob ich die spanische oder die indische Olivenölindustrie davon überzeugen kann, dass ihr Produkt genau dort einsetzt, wo FFP2-Masken scheinbar aufhören. Und klar, dass du innerlich lachst, dieser Gedanke grenzt an Größenwahn. Die Aktien von Olivenölfirmen liegen unter 40 Cent, Link unten. Und die staatliche Zuwendung zur Forschung sind gleich Null. Was passiert mit dem Wert einer solchen Firma, wenn sich herausstellt, dass Olivenöl einen Einfluss auf das Pandemie geschehen hat? Wenn du verstehen willst, was ich im Öl sehe, dann schau dir meinen Film vom Dezember 2020 an, Link unten. Wenn Ferienorte wie Ischgiel das vorbeugende Gurgeln von Olivenöl zu ihrem Hygienekonzept hinzufügen würden, könnte man innerhalb von Tagen sehen, ob das einen Effekt hat. Meine Meinung zur therapeutischen Wirkung von Öl musst du nicht vertreten. Sie ist eine von fünf möglichen Theorien, um die Wiederholbarkeit meiner Beobachtung zu erklären. Eine Wiederholbarkeit, die du noch nie beobachtet hast. Wenn du die Relevanz der Bilder oben nicht beurteilen willst oder kannst, hast du mein vollstes Verständnis. Aber vielleicht sollten wir schauen, ob die Fotomontage, die ich gemacht habe, wirklich von den Auswirkungen eines Corona-Befalls war. Und vielleicht die anderen Bilder wissenschaftlich prüfen. Ich werde das nie so machen können, dass du mir glaubst. Bist du noch neugierig genug, den Menschen, der für dich in Sachen Corona meinungsbildend ist, zu kontaktieren? Erwarte bitte nicht, dass ich das mache. Die E-Mails eines Nerds mit autodidaktischen wissenschaftlichen Methoden werden so lange ignoriert, bis die Anfragen aus allen Richtungen kommen. Meine Frage macht Arbeit und dafür ist zu wenig Zeit. Und die Vorstellung, dass meine Frage wichtig sein könnte, passt vor den ersten Lockdown, nicht aber in die jetzige Zeit. Trotzdem lassen sich diese Fotos jederzeit und überall auf der Welt reproduzieren. Du brauchst nur einen älteren Menschen aus der Corona-Risikogruppe, der diesen Fetisch erträgt. So ab 50, besser 60, 70. Meist liegen die roten Bereiche bei den Mandeln. Wenn du auf Corona-Wetter wartest, sinkt das Alter entsprechend. Oder du hast Zugriff auf Corona-Infizierte oder deren Kontaktpersonen. Dann müsste das noch leichter werden. Das erste Foto eines Corona-Rachens in Öl würde ich gern machen. Schneller und sinnvoller ist das aber, wenn ich das jemand anders überlasse, der mehr Kontakt zu Corona hat. Und wenn du das hier teilst, machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach diesem Menschen. Wie ich solche Fotos mache, erkläre ich im nächsten Film. Der Belichtungsmesser der Kamera macht da ein wenig Ärger. Aber Achtung, das Gurgeln wird je nach Größe der roten Bereiche mal mehr, mal weniger brennen. 1 bis 20 Sekunden lang. Lein und Kokosöl brennen nicht. Das Brennen fühlt sich an wie eine Desinfektion, wird aber keine sein. Bei Corona kann das Brennen bis in die Ohren gehen. Die Stärke des Brennens ist ein weiteres Indiz dafür, dass jemand gereizte Stellen hat. Meist lässt das Brennen nach dem ersten bis dritten Mal gurgeln für Tage nach. Ich vermute, weil der Fettgehalt des Öls auf die gereizten Stellen über eine Hautcreme die Wundheilung fördert. Sowas kann am Anfang der Infektion, 0. bis 5. Tag, noch sehr den Verlauf beeinflussen. Je nach Wetterlage wird das Brennen erst nach dem vierten bis zwölften Tag ohne wiederholtes Gurgeln aufflammen. So lange hält der Effekt von Öl meiner Erfahrung nach. Willst du mehr von Corona und Öl wissen, kannst du die alten Filme von dir ansehen. Das hier ist nur eine Kurzfassung. Ich werde keine Verantwortung für individuelle Probleme übernehmen, die beim Gurgeln mit Öl bei dir auftreten. Mein Wissen beruht auf Erfahrungswerten. Alles, was du mit dem Öl machst, kannst du gern mit einem Arzt deines Vertrauens besprechen. Sei kritisch, auch mit mir, aber offen für Neues. Nur, dass die Bilder echt sind, dafür stehe ich ein. Alle Behauptungen hier beruhen auf meinen Erfahrungen und spiegeln meine Meinung wider und sind zum Teil in sehr kleinen Gruppen getestet und mit Ärzten besprochen worden. Das Einzige, was ich dir nahe legen will, wenn du wissen willst, ob das hier stimmt, teile es, mehr ist nicht nötig. Auf die Art landet es dann nach dem siebten Mal teilen auf dem Schreibtisch von Herrn Drosten, der WHO oder sonst wem und wird dann wissenschaftlich hinterfragt. Und das ist das Ziel dieses Films, die Wirklichkeit einer Wissenschaft im Bereich dieses Hausmittels zu hinterfragen. Und dann kannst du gern losziehen und Aluhüte verteilen. Wenn mir einer zusteht, dann aber bitte wissenschaftlich fundiert. Möge die Übung gelingen. Möge die Übung gelingen. Möge die Übung gelingen. Vielen Dank.